30 Minuten, ca. 10 Minuten für 16 Spieße ergibt 8 Portionen 1 rote Zwiebel, 1 rote Spitzpaprikaschote, Klammer auf 10, ca. 2 Esslöffel Olivenöl 800 Gramm gemischtes Hackfleisch oder Lammhackfleisch 1 Ei, 2 Esslöffel Semmelbrösel, 3 türkische Ligere Aiva, Klammer auf Paprikapaste, Klammer zu Satz Pfeffer, Paprikapulver, 16 lange Holz oder Metalspens Am Morgen der Einlad Zwiebel abziehen, fein fein Paprika halbieren, Beninen waschen, sehr fein wühlen, beides in 1 Esslöffel Öl 5 dünn 2 Paprikamix mit 1 Lassel Semmel bröseln und verkneten Mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver würzen, 16 Lätsche, Rotten, Klammer auf Länge, ca. 9 cm Holzspieße wässern, einölen bzw. Metalspieße ölen Rollen der Länge nach die Spieße stecken Kaltstell 3 zum Grillen Köfte 1 in einer Alugrillschale auf dem Rost mit Abstand, Klammer auf Glut rund um ca. 10 Minuten zum Beispiel mit Petersilien, Klammer auf siehe Seite 41, Klammer zu Servieren 270 Kilokalorien-1144 Gramm K.A. 21 Gramm E.W. 19 Gramm F. für 8 Martini-Gläser je eine Kugel Fruchtsaube, Klammer auf zum Beispiel Z-Frone, insgesamt 500 Milliliter, Klammer zu, in die Gläser geben mit kaltem Sekt, Klammer auf eine Flasche, Klammer zu, auffüllen Spritzt mit frischen Birnen- oder Zitronenschalen-Streifen, Klammer auf Bio-Klammer zu, garnieren Langen Löffeln servieren Tipp Schneid angerichtet das Sorbet schon am Vortag, Kugeln formen und auf einem Teller bis zum Anrichten wieder einfrieren Klapsel 9 10 10 10 13 15 15 Vielen Dank.